Was hast du... Ah, was kannst du... Hm? Ja. Da haben wir gerade den Bracken eingeschossen. Das ist gut. Haben wir beim Aschner Bracken wirklich? Ja. Ich meine, Young Rose gegen Lefouzi hat es gesehen, aber 3-2 gegen Perth, genau. Ja. Bei Perth wird, glaube ich, so langsam wirklich ein dritter PC. Das ist wirklich. Weil dann fahrst du nicht, dass es nie gehört, ja? Ja. Was meinst du? Ich war ein Vorstuhl, dass du das nie gehört hast. Wie gehört es doch mein Vorstuhl? Ach so, okay. War der jetzt 2-Games auf Wiener gewonnen? Stark? Ja. Heavy? Ja. Dennis, hast du Ambitaments? Ja. Sehr schön. Hast du mal die Faulgummi? Ja. Die Faulgummi? Ja. Ja. Okay. Und wie war dein Tag leider? Oh, der war eigentlich ziemlich gut. Ja. Ähm. Ähm. Ich wollte eine Runde laufen. Das war schön. Ich bin nämlich, dadurch, dass ich jetzt vor kurzem erst Corona hatte, noch relativ schnell erschöpft. Deswegen bin ich nicht zum Wachsen gegangen, was es normalerweise ja Donnerstags ist. Ich werde in Zukunft wahrscheinlich quasi gar nicht mehr richtig zum Weg gekommen können. Ja. Ich weiß, das ist halt echt komisch die Zeit. Ja. Voll. Donnerstags und Sonntags kommt die da. Ja, Donnerstags, Sonntags und Dienstags. Aber ich werde Dienstag mit dem Semester nicht können. Und Sonntag ist halt. Sonntags wird es wahrscheinlich nicht immer klappen und ich würde eigentlich schon gerne mehr als einmal auf die Woche gehen, wenn es geht. Ja. Oder zumindest einmal safe. Und nicht irgendwie manchmal, wenn Sonntags passt. Ja, aber Sonntags ist halt auch gut. Ja, deswegen. Aber sonst habe ich gar nicht so viel heute gemacht. Ich habe auch viel Spaß. Ja, weder von Corona, dass sie faktiver werden. Ach ja, ich hatte gestern eigentlich einen ganz produktiven Tag. Aber dann sind wir mega lang. Ich war bei Dennis und wir haben nachts zusammen richtig lange noch eine Serie geguckt. Also bis in drei und vier rum. Deswegen habe ich auch nicht geschlafen. Kannst du dann weiteres fixen? Der irgendwie... Hä? Irgendwie ist rein verpackt? Ja, nix. Was ist denn? Also... 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 Please go to the left side. Please go to the left side. Nice. Nice. Let's go. Come on. Oh, es ist Marvel. Ja. Marli! Marli! Ja. Marli! Jan, willst du mit kommentieren? Wirst du mit kommentieren? Jan, kannst du einen Gass da essen oder trinken? Gut. Ja. Plötzlich ist alles so schnell hier, wie das immer sich vorher eine halbe Stunde lang bietscht und und die langen Menschen sind wesentlich anstrengender. Ja, voll. Weil man immer in diesem Modus ist. Ja, voll. Aber ich meine auch so zum Zugucken hast du jetzt einfach so Captain Falcon und Falcon. Wenn du dann vorher einfach dieses andere angeguckt hast, denkst du dir jetzt so schnell gedreht. Ja, wie war es bei dem Terminier letztes Wochenende in Amerika, war auch Papis und da war einer Timeout ein Match. Wirklich? Ja, und einer irgendwie noch 40 Sekunden auf der Ruhe. Oh, krass, okay. Wie lange ist eins? Acht Minuten. Immer, ja? Ja. Krass. Das ist halt echt dieses Match-Up. Ja. Und dann war auch da ein Set, Captain Falcon und Sheik, was halt zehn Minuten insgesamt dauert hat. Krass. 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 Seit wann ist er hier? Seit wann spielt er hier? Das war sein erstes Turnier heute. Also generell in Berlin. Newcomer. Ja, Newcomer. Und dann schon direkt gerückt. Direkt so eingestiegen. Schlecht. Zum Glück ist auch mal ein Käpt'n Falken da, wenn die Konzi nicht da ist. Oh! Was ist das? Weil Käpt'n Falken ist wohl scheiße? Ja, wir haben halt keine. Ja. Außer halt Jugging da noch. Ah, der macht... Ach stimmt, ja. Wo ist ein Irfan eigentlich? Kommt der gleich wieder? Wollt ihr auch was zu essen gerade? Oh mein Gott. Oh mein Gott. zum Glück Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020